Neben meiner variationslinguistischen Forschung baue ich auch an meiner Sprachtheorie namens Instruktionsgrammatik. Die beiden Zweige befruchten sich gegenseitig. Die Instruktionsgrammatik ist mein Versuch, so viel wie möglich von unserem sprachlichen Know-how aus nichtsprachlichen Fähigkeiten abzuleiten. Das bedeutet auch, dass ich für sprachliche Prozesse immer sprachunabhängige Entsprechungen in nichtsprachlichen Fähigkeiten finden muss. Ich möchte heute in sehr groben Zügen zeigen, wie ich mir den human-ökologischen Unterbau unserer Sprachverstehenstätigkeit vorstelle und dann an variationslinguistischen Daten illustrieren, wie dieser Unterbau bei defektiven grammatischen Systemen zum Vorschein kommen kann und wie er die entsprechenden Sprachen und Varietäten davor bewahrt, kommunikativ dysfunktional zu werden. Ich werde zunächst kurz über Humanökologie sprechen. Das betrifft die Frage, wie der Mensch über Wahrnehmen und Tun in seine Umwelt eingepasst ist. Ich möchte dann zeigen, wie sich Sprache und Grammatik zwischen Wahrnehmen und Tun verorten lassen und Vorhersagen für das Sprachverstehen ableiten. Anschließend möchte ich an historischen und rezenten Bibelübersetzungen demonstrieren, dass sich diese Vorhersagen erhärten lassen. Im Anhang des Handouts finden Sie ein wenig konvergierende Evidenz. Kommen wir also zum human-ökologischen Unterbau und der Rolle der Grammatik zwischen Wahrnehmen und Tun, zunächst aber nur zu Wahrnehmen und Tun. Die human-ökologische Grundannahme über den Zusammenhang von Wahrnehmen und Tun ist folgende, nämlich dass Wahrnehmung und körperliche Tätigkeit in einem wechselseitigen Dienstverhältnis stehen. Das bedeutet Wahrnehmung ist Bedingung funktionalen Verhaltens und zweckgerichteten Handelns. Gleichzeitig ist die Fähigkeit zum Verhalten und zum Handeln dasjenige, das Wahrnehmung für uns erst bedeutsam macht. Das heißt, wir nehmen wahr, was womit in welcher Relation steht, damit wir tätig dazu Stellung nehmen können. Das heißt, die Frage, was womit in welcher Relation steht, steht im Dienste der Frage, was kann oder muss ich jetzt tun? Wir als Menschen sind prädisponiert, so effektiv wie möglich das, was wir wahrnehmen, in eine angemessene körperliche Tätigkeit zu überführen. Der human-ökologischen Grundannahme zufolge konstituiert sich Wissen also nur in einem zugleich perzeptiven und motorischen Weltverhältnis. Das bedeutet, dass auch Sprachverstehen nicht in der Körperlosigkeit stattfindet. Was heißt es nun, Wahrnehmungen effektiv in angemessene eigene Tätigkeit zu überführen, sei das nun eine automatische Reaktion oder vorausgeplantes Handeln? Stellen wir uns eine Frau vor, nennen wir sie Scully, dann könnte Scully im Auto sitzen und fahren und plötzlich vor sich ein Reh auf die Straße laufen sehen und daraufhin tritt sie hart in die Bremse, um rechtzeitig stehen zu bleiben. Hier wird Scully's Handlung oder Reaktionsverhalten auf ihre Wahrnehmung hin einsetzen. Das heißt, ihr Handeln und Verhalten muss sich effektiv auf ihr Wahrnehmen hin orientieren. Vor diesem Hintergrund möchte ich jetzt der Sprache und der Grammatik eine Rolle zwischen Wahrnehmung und Handlung zuweisen. Stellen wir uns vor, Scully säße nicht allein im Auto, sondern neben ihr säße noch ein Mann. Nennen wir ihn Mulder. Dann könnte Scully vielleicht gerade von der Straße abgelenkt sein und einen Radiosender suchen, während Mulder auf die Straße achtet. wahrnimmt, was dort passiert und sagt, ein Reh läuft auf die Straße oder ein Reh auf der Straße. Dann würde Scully diese Äußerung wahrnehmen, verstehen und auf die Äußerung hin etwas Angemessenes tun. Beispielsweise das Lenkrad festhalten und auf die Bremse treten. Was hier passiert, kann man auch folgendermaßen fassen. Der Zyklus von Wahrnehmen und Tun, den wir bei Scully beobachten konnten, als sie allein gefahren ist, ist nun auf zwei Personen verteilt. Mulder ist es, der wahrnimmt und Scully ist es, die handelt. Nacheinander finden wir das von Mulder wahrgenommene Ereignis in Form einer Figur-Grundstruktur, die sich in der Zeit entfaltet, Mulders Äußerung, die ebenfalls in der Zeit verläuft, Scullis Vorstellung auf Basis der Äußerung, sie verläuft auch in der Zeit, an der Äußerung entlang, und Scullis Tätigkeit des Bremsens. Interessant für uns ist jetzt, wie sieht der Schritt vorgestelltes Ereignis aus? Dazu lasse ich Sie jetzt sich etwas vorstellen. Nämlich handelt es sich bei den beiden Figuren hier in A um die gleiche Figur. Man hat jetzt gezeigt, dass die Verarbeitungszeit, die Sie benötigen, um zu entscheiden, ob es sich um die gleiche Figur handelt, eine lineare Funktion des Grades der mentalen Rotation ist, die Sie dabei benötigen, um die Figuren mental zur Deckung zu bringen. Das weist schon darauf hin, dass unsere Vorstellungen irgendwie bildhaft organisiert sind, ganz so, als ob wir etwas wahrnehmen würden. Aber noch mehr als das. Bei der Wahrnehmung landen Lichtwellen auf der Netzhaut und verursachen dort so etwas wie ein Bild. Die Reize auf der Netzhaut werden dann in elektrische Ladungen transduziert und an weitere Stellen im Gehirn weitergegeben. Nun kann man zeigen, dass die Zellen im Gehirn hier die relativen räumlichen Lagen der Reizpunkte auf der Retina erhalten. Das heißt, die Nervenzellen sind retinotopisch zu den Reizpunkten auf der Retina organisiert. Und beim Vorstellen, d.h. in Abwesenheit von Stimuli, werden nun ebenfalls diese retinotopisch organisierten Zellen rekrutiert, obwohl auf der Retina gar nichts abgeht. Das ist weitere Evidenz für den bildhaften Charakter von Vorstellungen. Wir können das so zusammenfassen. Vorstellen heißt, eine Wahrnehmung zu simulieren. Ich habe schon gesagt, Wahrnehmung, Äußerung und Vorstellung sind in der Zeit ausgedehnt. Und Sprachverstehen verläuft inkrementell, setzt also ein, lange bevor die Äußerung zu Ende ist, und integriert vorhersagenbasiert alles, was an Input reinkommt. Daraus können wir eine Grundannahme der Instruktionsgrammatik ableiten. Nämlich, eine Äußerung ist jemandes geordnete Anleitung, oder Instruktion, damit jemand anderes eine Wahrnehmung simulieren kann, um diese zum Anlass eigener Tätigkeit zu nehmen. Und zwar ganz, als ob er oder sie die Wahrnehmung selbst gehabt hätte. Das ist auch ganz im Sinne der human-ökologischen Grundannahme. Noch einmal anders gesagt, Grammatik ist das effektivste Mittel, das wir kennen, um jemandes Wahrnehmung in jemand anderes Handlung zu überführen. Gehen wir noch einmal kurz einen Schritt zurück. Menschen sollen prädisponiert sein, das, was sie wahrnehmen, so effektiv wie möglich in angemessene eigene Tätigkeit zu überführen. Was ist hier effektiv? Stellen Sie sich vor, ein Stein fliegt auf Sie zu. Wie können wir diese Wahrnehmung so effektiv wie möglich in angemessene eigene körperliche Bewegung umsetzen? Wahrscheinlich werden wir mehr automatisch als geplant ausweichen. Aber was müsste gegeben sein, damit wir unsere körperliche Unversehrtheit schnell und nachhaltig sicherstellen können? Die Antwort ist, indem wir die Vorhersagbarkeit dessen, was passieren wird, maximieren. Und das tun wir, wenn wir die Ursache dessen, was passiert, oder ihre Verursacherin, die Urheberin, mit anderen Worten, das vordere Ende von Geschehnissen so schnell wie möglich identifizieren können. Dann können wir nämlich kalkulieren, wie sich das Ereignis entwickeln wird, ob es sich wiederholen wird, ob uns Gefahr droht und wir können unser eigenes Handeln in Abhängigkeit von unseren Vorhersagen entwerfen. Unsere Prädisposition besteht nun darin, dass Ursachen, Verursacherinnen, Urheber, verantwortliche Urheber typischerweise bestimmte Eigenschaften aufweisen und unser sensomotorischer Apparat besonders sensibel auf diese reagiert. Ursachen sind die ersten Beweger in Ereignissen, sie sind Gegenstände, sie bilden geschlossene Formen, sie bewegen sich. All das veranlasst uns dazu, unsere visuelle Aufmerksamkeit unmittelbar auf sie zu richten und ihnen mit dem Blick zu folgen. Wie ist es nun, wenn Sprache dazwischen tritt, wenn Sprache uns zu einer simulierten Wahrnehmung instruiert? Wie überführen wir möglichst effektiv die Vorstellung, zu der die Äußerung instruiert, in eine Vorhersage dessen, was passieren wird? Und die Antwort ist genauso. So schnell wie möglich die Ursache des ausgedrückten Ereignisses identifizieren. Und das geht am besten oder ist idealtypisch instanziiert bei diagrammatischer Ikonizität. Diagrammatische Ikonizität besteht, wenn die früher-später-Struktur der Verarbeitung der früher-später-Struktur der Äußerung entspricht. Und in doppelter Weise besteht diagrammatische Ikonizität, wenn die früher-später-Struktur der Äußerung auch noch der früher-später-Struktur des Ereignisses entspricht, wie es wahrgenommen wurde. Idealtypisch ist das hier instanziiert, weil der Sprachversteher Äußerungen, die diagrammatisch-ikonisch zum Ereignis sind, effektiver in eigene Tätigkeit überführen kann, als solche, die das nicht sind. Die Hypothese wäre also die folgende. Der Mensch ist human-ökologisch prädisponiert, beim Sprachverstehen davon auszugehen, dass die früher-später-Struktur der Ding-Ausdrücke in der Äußerung die früher-später-Struktur des ausgedrückten Ereignisses diagrammatisch-ikonisch abbildet. Das führt zu folgenden Erwartungen bei Scully und bei uns. Wir haben die Grunderwartung, dass die Ursache der Wirkung vorangeht. Wenn Sprache dazwischen tritt, wenn das Ereignis also sprachlich vermittelt ist, gehen wir davon aus, dass wir eine Agence-for-Patience-Abfolge und in Sprachen wie dem Deutschen eine Subjekt-for-Objekt-Abfolge haben. Und was ist nun, wenn die Äußerung nicht diagrammatisch-ikonisch zum Ereignis strukturiert ist? Sprachliche Symbole sind ja nicht die Dinge, die sie ausdrücken. Darum drückt das vordere Ende einer Äußerung auch nicht notwendigerweise das vordere Ende eines Ereignisses aus. Wenn also Mulder eine Objekt-for-Subjekt-Struktur produziert, die die natürliche Reihenfolge des Ereignisses umdreht, dann simuliert Scully an dieser Äußerung entlang eine entsprechende Wahrnehmung. Meine These ist aber, dass Scully die simulierte Wahrnehmung sozusagen erst in die natürliche Reihenfolge bringen muss, um das Ereignis begreifen und adäquat darauf reagieren zu können. Das braucht Zeit und ist fehleranfällig. Die Vorhersagen zum empirischen Teil lauten also folgendermaßen. Ohne gegenläufige Evidenz gehen wir davon aus, dass der am höchsten belebte Gegenstand in einem Satz das vordere Ende eines Ereignisses ausdrückt. Bei gleicher Belebtheit gehen wir davon aus, dass es der erstgenannte Ereignispartizipant ist. Abweichungen davon führen in der Regel zu Missverstehen. Die Vorhersage lautet hier ohne gegenläufige Evidenz. Was aber könnte gegenläufige Evidenz sein? Dazu die zweite Vorhersage. In der Sprachgeschichte des Deutschen nehmen die Anteile morphologisch und syntaktisch mehrdeutiger Äußerungen aufgrund von Synkretismus zu und kulminieren in rezenten Standardvarietäten. Unter morphologischer Mehrdeutigkeit sind hier Konkurrenz und Kasus Mehrdeutigkeiten gemeint und unter syntaktischer Mehrdeutigkeit ist eine variable Abfolge von Ausdrücken gemeint. Die Äußerungen bleiben aber verstehbar, weil das Sprachverstehen auf dem humanökologischen Unterbau aufruht. Wir hätten es also hier mit grammatischer Gegenevidenz gegen die Anwendung humanökologisch motivierter Verstehensprinzipien zu tun. Die Hypothese ist, dass diese Gegenevidenz in der Sprachgeschichte schwindet, weil das sprachsystemische Netz löchrig geworden ist. Schauen wir uns Beispiele an. Hier haben wir aus der hochalomanischen Bibel die Äußerung »Und von selber Stund a hätt sie die Jünger zu sich gna.« Also »Und von dieser Stunde an nahm sie, die Mutter Jesu, die Jünger zu sich.« Dieser Satz ist morphologisch mehrdeutig. Sowohl sie als auch die Jünger konkruieren hier morphologisch mit »het« und beide Ausdrücke können Nominativ und Akkusativ-Singular repräsentieren. Das heißt, sowohl die Mutter Jesu als auch der Jünger können hier die Nehmerin bzw. der Nehmer sein. Aber wie ist es? Mit anderen Worten, die Äußerung instruiert zur simulierten Wahrnehmung von zwei unterschiedlichen Ereignissen einmal mit der Mutter als Figur und dem Jünger als Grund, sechseckig, weil er auch Objekteigenschaften hat und Figur sein könnte, oder aber umgekehrt. Meine human-ökologische Grundannahme besagt, die Mutter wird als Nehmerin interpretiert, weil keine grammatische Information und, glauben Sie mir, auch keine kotextuelle uns davon abhält. Gegenläufige Evidenz existiert beispielsweise im Mittelhochdeutschen. Dort ist die Kasus- und Konkurrenzmorphologie eindeutig. Der Jüngere kann hier nur Nominativ sein und deshalb ist klar, dass der Jüngere das Subjekt ist. Diese Kasus-morphologische Information überschreibt hier sozusagen die human-ökologische Grundannahme, nach der sie als Subjekt interpretiert würde. Das gleiche geht auch mit grammatikalisierten Abfolgerestriktionen, so wie im Englischen. Hier ist durch die relative Abfolge von S, V und O, Subjekt, Verb und Objekt, klar, was das Subjekt ist. Hier im Mittelenglischen kommt hinzu, dass auch das Pronomen here, her, also sie, die Mutter, ein grammatisches Objekt ist. Die englische Äußerung wäre also sowohl morphologisch als auch syntaktisch eindeutig und diese beiden Informationstypen wären Evidenz gegen die human-ökologische Grundannahme. Diese Grundannahme kann durch Morphologie und grammatikalisierte Abfolgerestriktionen also sozusagen über- und unterschrieben werden. Überschrieben, wenn die grammatische Information der Grunderwartung widerspricht und unterschrieben, wenn sie sie bestätigt. Kommen wir nun zur Korpuslinguistischen Evidenz. Untersucht wurden englische und deutsche Bibelübersetzungen, vom Altenglischen zu Mittelenglischen und vom Althochdeutschen bis in rezente Dialekte, Hochalemannisch und Nordniederdeutsch. Dabei wurden vier Kapitel des Neuen Testaments morphologisch, syntaktisch, satzsemantisch und lexikalisch-semantisch annotiert und anschließend die Datenbank auf bestimmte Korrelationen hin befragt. Heute zeige ich die Auswertung der Teilsätze, die zwischen einem owerten Subjekt und einem owerten direkten oder indirekten Objekt mehrdeutig sein können. Schauen wir uns zunächst die relativen Anteile morphologisch eindeutiger und mehrdeutiger Teilsätze an. Wir sehen recht starke Anstiege in der morphologischen Mehrdeutigkeit, vom Altenglischen zu Mittelenglischen und vom Althochdeutschen zu den rezenten Sprachstufen und Varietäten. Im Hochalemannischen kann man in jedem vierten Satz an der Morphologie nicht erkennen, was womit in welcher Relation steht, also was Subjekt und Objekt, Agens und Patiens ist. Und schauen Sie sich folgendes an. Mittelenglische Äußerungen sind weniger morphologisch mehrdeutig als Neuhochdeutsche, Hochalemannische und Nordniederdeutsche. Und das, obwohl im Vergleich zum Altenglischen so gut wie keine nominale und nur sehr spärliche verbale Morphologie übrig sind. Fragen wir jetzt, wie viele dieser morphologisch mehrdeutigen Sätze zugunsten des Verstehens durch grammatikalisierte Abfolgebeschränkungen eindeutig gemacht werden. Und das ist nur im Mittelenglischen der Fall. Die morphologisch mehrdeutigen Äußerungen in den anderen Sprachstufen und Varietäten sind auch strukturell mehrdeutig. An ihrer grammatischen Form ist also gar nicht zu erkennen, was in ihnen womit in welcher Relation steht. Das ist, was ich defiziente Grammatik nenne. Jetzt schlägt natürlich die Stunde der human-ökologisch motivierten Verstehensmechanismen. Hier sehen Sie die Anteile der Sätze, die über grammatische Morphologie, grammatikalisierte Abfolge, die gab es ja nur im Mittelenglischen wie gesagt, und die human-ökologischen Mechanismen korrekt verstanden werden können. Die Annahme war, ohne Gegenevidenz gehe davon aus, dass der höherbelebte Ereignispartizipant dein Agents bzw. Subjekt ist. Bei gleicher Belebtheit gehe davon aus, dass es der erstgenannte Ereignispartizipant ist. Das hellere Blau zeigt den Anteil der Sätze, die auf diese Weise richtig verstanden werden können. Wenn man es genauer wissen will, muss man schon eine andere Skalierung verwenden. Dann zeigt sich, dass es in jeder Sprachstufe über 98% der Sätze sind, die auf diese Weise erfolgreich verstanden werden können. Also zur Vorhersage 1 können wir sagen, die human-ökologisch motivierte Verstehenspräferenz führt in über 98% aller Teilsätze zur korrekten Lesart. Zur zweiten Hypothese können wir sagen, das sprachsystemische Netz ist im Deutschen tatsächlich zunehmend löchrig geworden, aber Missverständnisse bleiben praktisch aus. Im Mittelenglischen ist dagegen die Abfolge grammatikalisiert worden und das, obwohl Mittelenglisch weniger morphologisch ambig ist als die rezenten Varietäten des Deutschen. Eine interessante Folgerung für alle Funktionalisten ist daher folgende. Man kann nicht einfach davon ausgehen, dass sich historisch die Wortstellung verfestigt, weil morphologische Distinktionen geschwunden sind. Ein vorsprachlicher human-ökologischer Unterbau stützt die kommunikative Primärfunktion auch bei defizienten grammatischen Systemen. Und grammatische Mittel können die Wirksamkeit dieses Unterbaus überdecken. Überdecken kann in zwei Formen auftreten, nämlich, wenn die human-ökologischen Annahmen zu falschen Lesarten führen würden, überschreiben grammatische Mittel diese präferierte Lesart. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.